ich glaube das sieht ein bisschen groß aus es ist größer als wir ich verstecke mich mal hinter dem fetten baum hier wie voll futuristisch aus von ihr hinter dir ich sag doch futuristisch guck dir das waren das ist ja von alien hört sich nämlich an weil wir hier nur gegen solche freaks kämpfen da zieht irgendwie aus wie kampfroboter was ist jetzt da einer drin er könnte auch von nachbauen sein oder so ich habe keine ahnung wie man auf die attacken von irgendwie reagieren soll ich habe noch keinen schaden genommen ich habe so einen roten kristall aufgesammelt soll es nicht darum kreisen ja genau das meine ich es kommt auf ein ok es portet sich wieder da alles schließend auf dich also das ist schon wieder weg überrascht ich hole gerade immer meine granaten raus ich kann nicht so weit werfen war ich treffe nicht damit oh gott bonus schaden bei den nächsten drei treffern habe ich irgendwie einfach der schaden leck mich also so ein kristall aufgesammelt ich weiß nicht habe schaden genommen laser das ist voll die dichter da kriegt man epilepsische anfälle darauf dann sind wieder diese klicken dann ist sowas von alien aber hat beschwert ja irgendwelche maschinen oder so alter ich habe einen so einen ding kaputt gemacht ich glaube ich dem fisch irgendwie nicht näher an meiste zeit da ist es einfach so hinter dir gefährlich aus dann ist besser als jedes kino weil wir sind dann für kleine kugeln daher heilung über zeit der heilung von dem kristall aufgesammelt ja wenn diese dinge um den herum fliegen solltest dich von entfernen halten besonders usw nein ich war gerade nachladen jetzt sind ja irgendwelche drohen die der beschwört oder so kann das sein die ganze abschließen glaube ich ja ich mach dir mit einem schlag weg also welche art von den mit den maschinen herauf beschwören da kommen wir noch mehr kommen wir kommen wir ja das war die bedrohliche atmosphäre irgendwie ein bisschen so elien mächtige musik das war ganz schön laut er hat nur ein schritt zurückgegangen ja ich mache die nicht mit einem schlag kaputt dass du mehr schaden macht aber irgendwie nimmt er immer noch schaden wenn ich auf den schieße das merkwürdig ja ich glaube ich hab ja mal kannst du das herrliche missgeburt würdest du schon mal von diesen fetten leser getroffen hat sich mal direkt vor dem war er ist fast wie als wäre es auf dem triff fast wie ein woodstock weißt du noch damals da flammen wir haben wir vom weichling ich will jetzt meine mine werfen wenn wir nicht mitbekommen dass hier so viel los ist auf einmal ich habe eine wenige schaden ok darauf stehst du denn er dann wie der sich freund hat er wieder voll energie da war ich dachte wirklich nicht so war die dründung hat eine dründung verpasst ja fast gar kein schaden davon bekommen ich hänge fest ich habe mich nicht mehr bewegen kann auch nicht springen ja das ist voll der exektionsgrund jetzt hier der attack hat mich irgendwie nicht getroffen aber das hat jetzt doch getroffen können wir jetzt mal hier weg ich will hier weg jetzt wird er uns bei den hörnern neben uns haben wir granate geworfen ich wollte das ding kaputt machen ja alles hat er immer jetzt hier wegen so ein scheiß ich kann den schild nicht angreifen der ist zu weit weg ich bin frei gesagt gemacht ich habe keine ahnung eine angst an ihr schafft hat auch ohne dich auch hat ein schwanz explodiert da soll man den baum kaputt machen ich kann nicht machen das ist das problem ich habe keine ahnung ich bin draußen bedroht hatte ich kann sein habe ja vor du bist hinter mir ich renne aber wenn ich renne dann renne ich die klappe darauf erst mal selbst einfach er hat er da nicht zum glück nicht gesehen also gemacht wir fliegen immer noch sachen rum da musst du aufgerechnet hier auftauchen naja warte lieber ja jetzt glaube ich nicht so eine gute idee dazu machen danke ja schon wieder eingefroren weg aha ich bin hier drin sie sind ja ich komme ja gar nicht mehr raus da drin waren überall explosionen oh gott ja 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 es hat einen darum den seinen kopf die sterne ja licht soll ich aufs licht zugehen schwanz kaputt die serie sollte heißen koppel ist dann machen wir neue beine kaputt meine das hört sich so an als würden wir irgendwie einem kind wehtun erst brechen wir dem die beine dann klauen wir dem seine sachen ja ich spiele hier viel zu viel rum jetzt ist er tot das war gut ich habe die selbst wenn ich scheiße bin bin ich immer noch besser als du das war gut so so Untertitelung. BR 2018